Ebenfalls gestellt von unserem Kollegen René Röspel. Bitte schön, Herr Staatssekretär. Kollege Röspel fragt, welche Regelungen des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes können ohne Umsetzung der Länder oder ohne Beschlüsse des Deutschen Bundestages verwirklicht werden? Das Wissenschaftsfreiheitsgesetz trifft durchgängig Regelungen zur bundesseitigen haushaltsrechtlichen Flexibilisierung. Der für die Wissenschaftseinrichtung geltenden Rahmenbedingungen. Diese Flexibilisierung in den Bereichen Haushalt, Personal erfolgen dann nach Maßgaben des jährlichen Haushaltsgesetzes. Damit diese Flexibilisierung für die Einrichtung wirksam werden, bedarf es grundsätzlich nachfolgender Umsetzungsschritte der Zuwendungsgeber, insbesondere zur Anpassung der sogenannten Bewirtschaftungsgrundsätze der Einrichtungen. Dies erfolgt überwiegend gemeinsam von Bund und Ländern in den gemeinsam von Bund und Ländern finanzierten Einrichtungen unter Beteiligung der Länder nach Maßgabe der jeweiligen einrichtungsspezifischen Regularien. Ihre erste Nachfrage. Ich entnehme ja der Äußerung, dass es offenbar keine Zustimmungspflichtigkeit aus Seiten der Bundesregierung gibt oder nicht vorgesehen ist. Wie kann ich mir denn das in den Einrichtungen vorstellen, die zu 50 Prozent von Seiten des Bundes finanziert werden und zu den anderen 50 Prozent von Seiten der Länder? Ist dann für den Bundesanteil, gelten dann diese Regelungen für den Länderanteil aber nicht? Oder muss es nicht auch notwendig sein, dass eben die Länder ihren Beitrag in gleicher Weise leisten und dann aber auch eine Zustimmungspflichtigkeit entsteht? Also letzterer Schlussfolgerung kann ich nicht zustimmen, weil es sich, wie ich gerade sagte, in erster Linie um bundesseitig haushaltsrechtliche Flexibilisierungsmaßnahmen handelt, die wir im Wissenschaftsfreiheitsgesetz des Bundes vorgesehen haben. Ich will aber gerne Ihre Frage nochmal ein Stück weit aufnehmen und nochmal deutlich machen, Jawohl, es ist so, wenn wir dann in der weiteren praktischen Umsetzung, Flexibilisierung im Haushalt, im Personalbeteiligungsverfahren haben wollen, brauchen wir eine nachfolgende Umsetzung der Zuwendungsgeber. Ich habe es bereits angesprochen, dabei geht es um die Wirtschaftsungsgrundsätze und hier sind dann die Zuwendungsgeber gemeinsam gefordert, dieses entsprechend umzusetzen. Dieses erfolgt, diese Anpassung der Bewirtschaftungsgrundsätze erfolgt dann unter Beteiligung der Länder, da haben Sie vollkommen recht, und hierzu gibt es grundsätzlich ein gemeinsames Forum, das diese Fragen dann gemeinsam besprechen wird und die Umsetzung sicherstellen wird und das ist die GWK, die sogenannte gemeinsame Wissenschaftskonferenz. Ihre zweite Nachfrage, bitte schön, Kollege Rösten. Nehme ich dann dieser Äußerung die Möglichkeit, dass die gemeinsame Wissenschaftskonferenz tatsächlich die Budgethoheit der Landesparlamente sozusagen aufgreift oder erledigt, weil sie Entscheidungen trifft in einem gemeinsamen Bewirtschaftungsplan, der dann im Rahmen der Wissenschaftsfreiheit der Initiative sich bewegt? Mir steht es nicht zu, Ihre Bewertung oder Einschätzung zu kommentieren. Ich will Ihnen dafür sagen, wie es sich vom Sachverhalt darstellt. Worum es geht, ist, dass in den gemeinsamen Forum, in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz die Bewirtschaftungsgrundsätze dann entsprechend der Grundphilosophie des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes, Freiheit, Autonomie, Selbstverantwortung, geändert werden. Dies wird man gemeinsam im Miteinander zwischen Ländern und Bund vorsehen, beispielsweise in den zuständigen Fachausschüssen der GWK für die MPG oder auch für die DFG und im sogenannten FAG-Ausschuss. Im Bereich der Leibniz-Einrichtungen, weil Sie haben vorhin das Thema 50-50 finanzieren angesprochen, wird es rechtlich anders sein. Hier besteht die Besonderheit, dass der Vollzug der gemeinsamen Bund-Länder-Förderung grundsätzlich nach den Regelungen des jeweiligen Sitzlandes erfolgt. Es heißt, hier ist das entsprechende Landeshaushaltsrecht die Grundlage. Das heißt umgekehrt, politisch gesprochen, damit das, was wir als Bundesgesetzgeber, die Bundesregierung und wenn der Bundestag beschließt, das deutsche Parlament möchte, diese Freiheit und Autonomie und Selbstverantwortung zu übertragen im Bereich der WGL nur dann erfolgen wird, wenn tatsächlich entsprechende Umsetzungsmaßnahmen der Länder im Bereich der WGL erfordern. Insofern haben Sie die Möglichkeit, in den 16 Ländern bei den Forschungspolitikern Ihrer Fraktionen für diese Freiheit und Selbstverantwortung zu werben. Ich habe zu dieser Frage keine weiteren Nachfragen. Die Fragen 18 und 19 werden schriftlich beantwortet.